Porn, du hast uns heute die Frage gestellt, wo der Unterschied zwischen unseren Jacken liegt. Die LSD Light Jacket zum Beispiel, hier ist sie, ist unsere leichteste Jacket. 120 Gramm, in sich selbst verstaubar, perfekt für unterwegs, kein Gewicht, stört nicht. Super. Und die Essential Run Jacket ist unser Allrounder, ist unser Basic Jacket, Reflektoren, Thema Sicherheit, Atmungsaktiv und einfach ein super Tragegefühl. Die Nightlife Jacket, wie der Name schon fast sagt, Nightlife, hier geht es ums Thema Sicherheit. Wir haben halt viele Reflektoren auf der Jacke angebracht, Lüftungsschacht ist dynamisch geschnitten, das ist unsere High End Jacket. Das ist ein kleiner Überblick, wo der Unterschied zwischen unseren Jacken liegt.